Nächste Gelegenheit, Freistoß getreten von, na klar, Philipp Koch. Der Ball landet bei Jeremy Karikari und der Ball ist drin. 1 zu 0 für die Norderstädte Eintracht und den Treffer haben sie sich erarbeitet. Karikari bekommt den Ball butterweich serviert und den macht der Deutschkanal, der unter anderem schon bei RB Leipzig aktiv war, ohne Probleme. Erste Saisontor für Karikari, sechste Vorlage für Philipp Koch. Zweite Halbzeit, die Seiten sind gewechselt, das muss da jedoch nicht. Standard durch Philipp Koch, Jeremy Karikari zum Ersten, zum Zweiten und drin, Doppelpack, unfassbar. Jeremy Karikari mit dem Spiel seines Lebens und der Mann ist Innenverteidiger. Der hat erst einmal für Norderstädte getroffen, im Pokal, heute gleich zwei Treffer, ein Tag, an den er sich wohl noch lange erinnern wird.